Also ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt durch das nochmalige Lesen von den Selbstgesprächen, Weckruf, Erwachen, also dieses Ich bin du Quadrat, ist mir so bewusst geworden, wie weit eigentlich wir noch entfernt sind von dem vollkommenen Schreiben des A auf der Schiffertafel. Da wird man so demütig, weil alles so exakt in diesen Zeilen drinnen steht und man einfach ganz genau lesen muss. Es ist dieses Training, es ist dieses Wiederholen. Es sind so geniale Sätze in diesen Selbstgesprächen, in diesen Schriften drinnen. Es ist einfach unglaublich. Es ist göttlich genial, aber man muss es halt immer wieder wiederholen und wiederholen und diese Demut besitzen, sich auf das auch langsam einzulassen, auch die Selbstgespräche hören und alles, was du in den letzten drei Selbstgesprächen gesagt hast, kommt in diesen Selbstgesprächen, in diesem blauen Band vor, ist es exakt drinnen beschrieben, exakt. Es ist ein Aufbau, ein sehr chronologischer Aufbau und darum wiederhole ich auch gerade immer dieselben Sätze, dass wirklich alles vom Tisch ist, wenn du im Jetzt bleibst. Dieses Bewusstsein, das schaut, hat nichts mit Wissen zu tun, sondern du schaust immer dein Wissen an. Deine Information, die ständig wechselnde, existierende Information ist von Moment zu Moment das, was du weißt und dieses Wissen verändert sich in dir. Aber du drehst dich, wir haben es dir im Laufrad, weil du ständig wiederholst und immer wieder dieselben Probleme in dir wälzt und wie gesagt, Problem ist das Vorgelächste. Das wälzt sich in dir und du solltest irgendwann einmal einen Egel kriegen, das goldene Kalb, die um das goldene Kalb rumtanzen. Das ist auch Runden drehen, dasselbe Wort heißt ja auch Runden drehen und du drehst diese Runden, du wiederholst das und wiederholst das, weil du nicht bereit bist und du meine ich jetzt den Geist, der uns drei ausdenkt, beziehungsweise uns vier. Ich ziehe jetzt den, der sich jetzt personifiziert als Denker mit dazu denkt, als ausgedachter Denker. Und wenn ich jetzt das Ich bin, du Quadrat nehme, das baut wirklich so chronologisch auf, das ist eine ganz einfache Sprache mit vielen Beispielen. Und da ist zum Beispiel das Lernen 1, Lernen 2, Lernen 3 mit drin. Das erste Lernen 3 wird interessant, ganz gefährlich ist das Lernen 2, weil man meint, man hätte was verstanden, ich habe es ja verstanden und ist immer noch in einer sehr begrenzten einseitigen Logik. Das ist auch die schöne Sache, wo ich immer wieder merke, was ist Wirklichkeit, was ist Wahrheit. Das ist natürlich, man kann das vielfältiger ausdrücken, aber es ist immer wieder eine Wahrnehmungseinheit und ich sage jetzt immer noch der Genauigkeit dazu, wir können natürlich auch Wirklichkeit blau machen und die Wahrheit rot machen, aber wir bleiben mal in dem gesprochenen Wort oder in dem geschriebenen Wort. Das Wirklichkeit, ein wirkendes Licht, da steckt schon, da schreite ich, das wirkende Licht neu zu ahnen, ist was anderes wie etwas, was man wahrnimmt. Immer an die Lampe im Projektor denken, das ist das wirkende Licht und die Wahrheiten sind diese ständig wechselnden Informationen. Und da haben wir schon W, A, doppelt aufgespannte Schöpfung ist eine wahrgenommene Berechnung. Und wieso ist es eine wahrgenommene Berechnung? Weil du praktisch hier dich ja mit einem Gehirn verwechselst, das ist das blaue G und das ist dieser Mechschäfter Computer. Und er braucht ein Programm. Und darum kannst du dich immer wieder nur darauf hinweisen, dass diese Computermetapher, diesen Computer, den du dir jetzt ausdenken kannst mit deinem Schwamminhalt, auch das Schwammbeispiel, das kommt immer mehr zum Tragen. Und wir hatten gestern das Gespräch hier und jetzt gedacht, ich rede jetzt normal, dass ich immer wieder sage, du musst zuerst akzeptieren, dass du Gedanken von dir kannst du nicht erklären. Es muss ein Hauch von einem Kontakt zu Geist da sein, auf dieser Brösel-Ebene. Und das hat nichts damit zu tun, dass du dich mit Religion oder irgendwas auseinandersetzt, sondern ich habe so oft darauf hingewiesen, Geist hinter einer Person, hinter einer Maske zeigt sich durch Neugier. Geistlosigkeit zeigt sich durch einseitige Rechthaberei. Das heißt, jeder Aber-Sager ist geistlos. Der hat keinen Kontakt zu Geist. Ein Geist, der wachsen will, das sind immer so Gespräche, ja Geist ist doch immer das Gleiche, höre ich dann, sage ich selbst, das spreche ich an. Das heißt, Geist als Ding an sich ist etwas nicht Denkbares. Und das muss einem klar sein. Das ist einmal so der erste große Knackpunkt, wenn ich einfach schlichtweg und einfach sage, du Geist, der du jetzt den Untersprechen hörst, der du letztendlich was erlebst, den Traum erlebst, den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Niemals irgendein Gedanke von dir. Die Figuren in einem Traum werden so sein, wie du sie dir denkst. Du erschaffst selbst das Gefühl, dass hier Gedanken von dir was empfinden, was fühlen oder selber denken können. Aber das ist ja wieder Selbstentmächtigung. Das umgehe ich ja etwas mit dieser kleinen Geschichte, wo ich sage, ob du jetzt an einen Menschen denkst, ob wir das Ding Mensch nennen, ob wir das Kopf oder Kiste nennen. Da ist erst was drin, wenn du dir was reindenkst. Und du sprichst Menschen eine gewisse Allgemeinbildung zu. Das läuft aber in dir alles unbewusst ab. Das ist das große Problem. Du setzt hier Dinge, die du dir zuerst einmal bewusst machen musst. Du, Geist, musst dir selbst bewusst machen, was du mit deinem Intellekt, den du derzeit zum Denken benutzt, diesen Schwamminhalt, wie ich das nenne, was du im Hintergrund für statische Vorstellungen aufbaust, die dir eigentlich gar nicht bewusst sind. Dazu gehört zum Beispiel dieser große Trugschluss, dass wir jetzt rein im Bereich des feinstofflichen Denkens bleiben, dass du alle Dinge, die du denkst, die große Masse, bist du felsenfest davon überzeugt, dass du damit nichts zu tun hast. Darum wiederhole ich das jetzt immer wieder. Darum habe ich diese simplen Beispiele, wenn du jetzt Politiker-Namen liest. Ich fange da nicht nochmal an. Da baust du eine Vorstellung auf, aber das ist doch nur angelesenes Wissen. Wie viele von uns ausgedachten Menschen sprechen mir jetzt das Bewusstsein zu, dass die mit diesen Politikern schon mal einen persönlichen Kontakt haben. Also sich mit denen schon mal im wahrsten Sinne des Wortes auseinandergesetzt haben. Ich denke mich und ich denke mir an einen Politiker und ich denke mir jetzt ein Gespräch zwischen mir und dem Politiker. Und diese Interaktion beobachte ich, weil nur der Geist erlebt es ja. Nicht diese Figur, die du zu sein glaubst. Es gilt für deine Personifizierung dasselbe wie für andere ausgedachte Personifizierungen. Nur dass natürlich die Hartnäckigkeit da ist, dass du, wenn du an dich denkst, sitzt du immer im Kopf hinter dieser Person, die du zu sein glaubst. Und die anderen sind um dich herum. Ich habe das schon mal erzählt, um auf die Wirklichkeit und die Wahrheit nochmal zu kommen. Alles was du zu sehen bekommst, was Information ist, die in dir zu existieren anfängt, das sind Wahrheiten. Und da haben wir die zwei Ebenen. Einmal wir haben hier die sinnlich wahrgenommene Information und die feinstoffliche Information. Und ich gehe jetzt nochmal das durch mit dem Körper. Im klassischen Normalfall des Unbewusstseins, wenn du an dich denkst, denkst du an deinen momentanen. Es taucht jetzt ein Körper in dir auf und du sagst, das bin ich. Und das ist jetzt dieses Gefühl, dass du Geist hinter den Augen sitzt und durch die Augen rausschaust. Mach einmal, bau das Gefühl jetzt in dir auf. Ich könnte jetzt sagen, du kannst jetzt deine zwei Augen vor dich hindenken, aber du Geist sitzt eigentlich hinter den Augen und schaust durch diese zwei Augen raus. Und der Kopf, dein Kopf ist um dich herum. Das ist jetzt das, was du sagst, das bin ich. Wir reduzieren das nochmal auf den Begriff Körper. Und jetzt ist es interessant, ich sage, Materialisierung in der Physik ist hochkonzentrierte Energie ist Materie. Das heißt, was wir jetzt rein einmal sinnlich wahrgenommen, ich bleibe ganz, ganz abstrakt jetzt einmal bei dem Körper, wenn du an deinen Körper denkst und du empfindest den materialisiert, also sinnlich wahrgenommen, wenn ich jetzt da irgendwie was anfasse, so die Hände reibe, egal was ich mache. Das ist sinnlich wahrgenommene Information, das ist eine Materialisation. Materie als Erscheinungsphänomen kann immer nur auch jetzt die Gegenstände, die du auf der VR-Brille hast, wo du glaubst, sie sind in einer gewissen Entfernung vor dir oder um dir herum, kann nur unmittelbar hier und jetzt wahrgenommen werden. Erschaffen werden. Ich drücke es einmal so von dir selber. Alles, was du wahrnimmst, ist ja hier und jetzt in deinem Kopf. Das heißt, sinnlich wahrgenommene Materie inklusive dieses Körpergefühl, wenn ich jetzt über meinen Kopf anfasse, ist schon um dich herum. Wenn ich hinten hin klopfe, über mir drüber klopfe, dann merke ich, ich bin das Zentrum. Das kann ich natürlich jetzt auf meinen Kopf, wenn ich den denke, und wenn ich mich jetzt ausdehne, habe ich was vor mir, zwangsläufig fällt es hinter mir, unsere 16 Seiten. Das ist um mich herum, aber ich nehme das ja materiell wahr, was ich natürlich dann den Inhalt meiner VR-Brille, wo ich meine, ich drehe den Kopf, da dreht sich nichts. Das tauschen sich nur die Bilder aus. Okay, das ist jetzt mein Körper, hier und jetzt materialisiert. Ich kann mir natürlich auch andere Körper von mir denken, wo ich sage, das bin ich. Das sind meine jüngeren Körper und meine älteren Körper, die ich noch bekommen werde, je nachdem, wie alt ich bin. Und da ich die mir schon zeitlich woanders und räumlich woanders hindenke, sind die auch hier und jetzt, wenn ich sie denke. Aber sie sind nur feinstofflich. Das heißt, alles, was du wahrnimmst, ist hier und jetzt im Zentrum deines Kopfes, in dir selbst. Materielle Sachen müssen unmittelbar hier und jetzt sein. Das ist ein hundertprozentiger Beweis, dass in einer jetzt gedachten Vergangenheit niemals irgendwas materiell gewesen sein kann. Absolut, ja? Das heißt, wenn wir uns jetzt, ich sage einfach mal, Dinosaurier denken, die ich nur vom Hörensaun kenne, aus das Buch heraus, ich habe diese Information auf meinen Schwamminhalt, also kann ich aus meiner Datei hier und jetzt mir ein Dinosaurier ausdenken, aber da ich mir den in die Vergangenheit denke, ist der in meinem Kopf nur immer ein Kopf und dadurch nur feinstofflich. Jetzt ist es aber, ich kann auch an andere Körper denken. Das sind mir zwei Seiten. Wenn ich sage, das ist mein Körper oder meine Körper, muss es auch andere Körper geben. Und die sind prinzipiell immer nur um mich herum. Die kann ich natürlich jetzt auch hier und jetzt materialisieren, dann sind sie auf der Fahrbrille. Aber ich kann bei einem anderen Körper nicht das Gefühl erzeugen, dass ich im Zentrum von einem anderen Körper in dem Kopf drin bin. Jetzt in der momentanen Situation. Wenn du natürlich dann wirklich über den Dingen stehst, kann ich jetzt umschalten. Ich kann jetzt aus den Augen vom Redo rausschauen, ich kann aus den Augen von der Diana rausschauen oder aus dem Udo oder aus dem, der du zu sein glaubst. Weil dann hast du dich gelöst von diesem Programm. Das steckt da alles in diesem Ich-Bin-Du-Quadrat oder dieses zweite Selbstgespräch schon mit drin. Das ist rudimentäres Wissen und diese Präzision. Ich greife hier auf offizielles Wissen zurück, in diesem Ich-Bin-Du-Quadrat. Das ist hier zum Beispiel Buffalo Stock, der berühmte oder Skinners Ratten. Das sind klassische oder die Lernen 1, Lernen 2, Lernen 3, Doppelbein-Phänomenen. Ja, da malen, da malen, da malen, das sind so diese Basics, wie man das auch nennt. Und man liest es, aber die Schwierigkeit ist, dass man relativ denken, diese normale Logik, der zweite, wie ich das nenne, der grätscht sich so massiv dazwischen. Und jetzt stehen die Fragen, Redo, wo du immer sagst, dass wirklich alle Fragen, die mir gestellt waren, ich habe die so einfach in tausenden Variationen, in tausenden Male schon erklärt. Und das rauscht bei den Menschen einfach durch. Es sind immer wieder dieselben Sätze. Es ist so schwer zu begreifen, dass wir jetzt, und ich sage dann immer, bleiben wir einfach nur im Denken, im feinstofflichen Bereich. Dasselbe gilt aber auch für alles sinnlich wahrgenommen. Und ich sage immer dazu, da haben wir die vier Stufen der Vergessenheit, darum wird es dann ein wenig schwieriger. Aber wir können nur im Bereich des Denkens bleiben. Es ist so schwer, dass alles, was du denkst, nur deshalb ist, weil du es denkst, es ist genauso, wie du es denkst, und einredest mit diesem Schwamminhalt, mit dieser Logik, die gar nicht deine Logik ist. Dein Wissen ist nicht dein Wissen. Da ist ein kleiner Teil vom persönlichen Wissen mit drin, das ist das, was du beschweren kannst. Das ist schon dieses kleine Quäntchen, wo du beschweren kannst. Aber hier haben wir auch schon wieder ein Problem, das ist nämlich, das Thema hat man mit dem stochastischen Denken. Gestern war Johannes da, hier und jetzt gedacht, ich mache jetzt Vergangenheit, und dann sagt er immer, du sagst immer stochastisches Denken, das ist doch wahrscheinlich, Professor Johannes sagt doch, das ist doch nur Wahrscheinlichkeiten, das ist ja Wahrscheinlichkeitsberechnung. Und so, das zeigt mir jetzt, dass du nur sehr, sehr oberflächlich, obwohl du dich schon, ich weiß nicht, seit 15 Jahren mit Holopheling beschäftigst, sehr, sehr oberflächlich damit beschäftigst, weil ich schon nicht bin, nur am Anfang gehe ich ganz kurz auf das Wort, was ist stochastisches Denken? Das ist einmal die erste Sache, aber es ist natürlich interessant, dass ich dann in Physik, im Nullbuch Gottes das nochmal genauer beschreibe, was stochastisch heißt. Die Stochastik im gelernten Wissen, in der Mathematik, gelerntes Wissen, Spezialgebiet, Stochastik ist die Wahrscheinlichkeitsberechnung. Aber ich erkläre zigfach sehr genau, was das Wort eigentlich bedeutet, und da kommt jetzt die Verwirklichung. Du kannst auch materiell Sachen verwirklichen, das machst du laufend durch Glauben. Das Beispiel, wo ich sage, solange du glaubst, in deinem Programm, dass etwas, was du jetzt denkst, unabhängig von dir da außen existiert, kannst du das auch materialisieren. Das ist immer so mein Beispiel, wenn ich jetzt Politiker, du kannst jetzt zum Beispiel Hühnerfarm materialisieren, auf der Fahrerbrille. Du kannst das Kreuzfahrtschiff AIDA materialisieren und den Eifelturm. Du weißt, in wie vielen Selbstgesprächen das drauf ist. Das heißt, es ist wie in einem Videospiel. Du befindest dich an irgendeinem Ort, davon siehst du ja nur das, was auf dem Bildschirm ist, beziehungsweise beim 3D-Spiel auf der Verwirklichung. Dann kannst du eine kleine Langkarte einblenden, wenn das eine offene Welt ist und dann musst du auf irgendeine Art und Weise an den anderen Ort, wo meinetwegen jetzt der Eifelturm ist oder was weiß ich, nach Genua, wenn du das Kreuzfahrtschiff AIDA angelegt hast. Und wie kommst du da hin? Durch ständig wechselte Bilder auf der Fahrerbrille, wenn du dich ins Auto setzt, ins Flugzeug setzt, je nachdem, was du das für Video spielst, und dann wird hier der Eifelturm und das Kreuzfahrtschiff AIDA sinnlich wahrgenommen, optisch auf der Verwirklichung Erscheinung drehen. Das kannst du aber nur, weil du glaubst, dass das da außen existiert, auch wenn du nicht dran denkst. In dem Moment, wo ich jetzt sage, wie sieht es aus mit dem Turm zu Babel und mit der Arche Noah, die kannst du ja auch denken, aber die kannst du nicht sinnlich wahrgenommen materialisieren, sprich auf die Verwirklichung holen, weil du ja glaubst, dass das das da außen nicht gibt. Das heißt, es verhindert dich dein Glauben. Würdest du jetzt auf deinen Schwamminhalt den Glauben haben, dass die Arche Noah nicht untergegangen ist, sondern dass man die in einem Museum aufbaut, das da und da ist, dann könntest du das genauso materialisieren wie das Kreuzfahrtschiff AIDA. Du musst nur Energie reinstecken. Es ist die Welt, du lebst in der Welt deines Glaubens. Selbst wenn du jetzt einen menschlichen Körper dir ausdenkst und du schneidest den auf, dann wirst du da ein Herz finden und zwei Lungen finden. Weil dieses Programm, dieses Wissen erschafft die Bilder und nicht, dass da außen die Dinge sind, die man erforscht hat und darum hat man das Wissen. Ich betone immer wieder, du musst die Kausalität umdrehen. Und wenn du nicht bereit bist, dann wehrst du dich gegen alles, was dir zur Zeit mit deiner fehlerhaften Logik, Betonung liegt auf Fehler, verkehrt erscheint. Du hast eine einseitige Vorstellung von richtig, aber zu jeder Vorstellung von richtig, von einer Richtung gehört eine Kehrseite. Das ist das, was dir verkehrt erscheint und du kannst es, wenn du bereit bist, das als richtig anzusehen, dann wirst du feststellen, drehen sich deine Perspektiven, kannst du das umdrehen. Das sind Sachen, die ich so oft erklärt habe und es steht alles in diesen ersten fünf, sechs Büchern schon drin. Also zuerst einmal die Ohrenbahrungen als Grundlage, diese acht Stück, sieben plus eins, da haben wir ja das, was jetzt Beze gemacht hat, hier mit der Oktafe, wo ich dann nochmal die Relativitätstheorie in den kleinen Band mit reingepackt habe, populärwissenschaftlich und dann kommen diese ersten Schwarz-Weiß, selbst, das ist ich bin du Quadrat, die Mutation, das Erwachen. Ohne groß aufgezufächern, ohne Farben noch und das sind simple Beispiele hier, im Erwachen mit diesen schönen kleinen Gedichten und das muss man wirklich so schlafwanderisch verinnerlicht haben, in einer spielerischen Form. Und wenn man meint, man hat es nicht nötig, ist man noch sehr, sehr weit weg von der Reife, man hat diese Antenne nicht. Wenn ich immer wieder erwähne, wie gesagt, als Brüssel-Udo mische ich mich eh nicht ein, aber wenn ich dann Tipp gebe, wenn man das gecheckt hat, wenn ich schon mal so Hinweise gebe, so kleine Wegweiserhinweise und man ignoriert es vollkommen, weil man meint, dann wüsste es besser. Man nagt sich nur selber. Ja, nur. Ja, nur. Besser. Du bist der Einzige, der die Welt wirklich verändern kann. Deine Welt. Weil du eine komplett eigenständige Welt hast. Einen eigenen Traum. Und der generiert sich eben aus dem Intellekt, dem Schwamminhalt, den du zur Zeit zu durchschauen hast. so wie man ein Buch liest. Und jetzt immer wieder, wenn ich sage, der Leser als Ding an sich kommt ja in dem Roman nicht vor, den du liest. Es gibt übrigens auch Romane, wo das dann im Roman erwähnt wird. Also in der Art, dass also hier diese höhere Ebene auch mit beschrieben ist, aber dann musst du nochmal eins drüber gehen, weil dann ist es ja schon wieder auch, dass da immer nochmal einer davor ist. Vor was Existierenden muss immer nochmal einer stehen, der dieses Existierende sich ausdenkt. Das gilt, wie ich immer sage, selbst für einen ausgedachten Gott. Ein ausgedachter Gott entsteht in dem Moment, wenn er gedacht wird. Und der muss ja vor allem jemand ausgedacht werden. Also ist das eine Schöpfung, ein Geschöpf von dem, der sich es ausdenkt. Aber sobald mir das jetzt bewusst wird, ist ja der, der sich Gott ausdenkt, auch schon wieder was Ausgedachtes. Wir reden jetzt über jemanden. Dann muss da nochmal einer davor sein, der sich den ausdenkt, der sich Gott ausdenkt. Und jetzt wirst du feststellen, man kann immer wieder eins davor setzen. Das ist das Aleph, das letzten Endes fehlt. Darum beginnt ja hier oben dieses Beroschit, beginnt ja unser erster mit einer Zwei. Weil die Eins absolut gesehen nicht denkbar ist. Ich brauche immer einen Kontrast. Denken entsteht, eine Gedankenwelle und sobald ich eins sage, muss etwas da sein, was nicht eins ist. Und die Zwei, das Al-La, die sind das Geheimnis. Und dann haben wir unseren Dritten, aber da ist dann wieder was Ausgedachtes. Es ist ja, wenn wir zum Beispiel hier auch immer wieder die Worte Subjekt, Objekt, was da viele noch gar nicht richtig erkannt haben, wir haben dieses Jeck, das ist ganz schwer, wenn man das einzeln sucht zu übersetzen. Ich will jetzt da nicht reingehen, bin ich schon oft darauf eingegangen, wir haben ja auch ein Projekt. Ja. Ein Subjekt, ein Objekt, ein Projekt. Und Pro ist natürlich das, Pro und Contra wird ja meistens mit Für und Wider übersetzt, aber das Pro ist auch wieder so eine lateinische Wurzel, die sehr, sehr vielfältig ist. Das steckt übrigens, wenn wir das hebraisieren, steckt der Fahrer oben drin. Das ungeordnete Haupthaar, immer wieder die Haare sind die verschiedenen Sichtweisen. Und es macht natürlich schon Spaß, wenn man sich auseinandersetzt. Hier, ich habe heute Morgen zufällig im Internet wieder eine neue, auf einer hebräischen Seite, eine neue Bibelübersetzung gefunden. Und da sind gleich wieder, da wird dann, ist eine Seite, wo das Hebräisch, das klassische Ivri, die Grammatikregeln, grob natürlich mit Punktierung und da sind dann schon wieder, schon am Anfang so viele Fehler drin, dieses Materielle, die schwingt immer wieder mit durch. Und, jetzt klingelt mein Telefon, das ist Werbung, das ist wurscht. Es ist also so, dass hier, du dir die Freiheit nehmen musst, dass du dich nicht festmachen darfst auf einem einseitigen System. Denk an mein kleines Beispiel, wenn ich immer zum Beispiel mit Rechtschreibung, dass wenn ich dir jetzt die alte Schrift von Paracelsus oder die Lutherbibel zum Lesen gebe und du liest ein paar Zahlen und sagst, das brauchst du gar nicht lesen, der kann ja nicht einmal richtig rechtschreiben. Das dürfte dir doch einleuchten, dass die Weisheit, die hier vermittelt wird, in den Büchern nichts damit zu tun hat, ob die Worte so geschrieben sind, wie du meinst, dass das richtig ist, weil du dich schon wieder an dein einprogrammiertes, einseitiges Wissen hältst. Die Fähigkeit, es erweitern zu können, flexibel zu werden, nicht mehr sich an strenge Regeln halten und trotzdem die Regeln einhalten. Ich sage, du bist Gott, du darfst alles. Warum nutzt du nicht deine Freiheit? Und jetzt kommt eigentlich das Wesentliche. Freiheit, die Freiheit, die du hast. Jeder von dir ausgedachte Mensch hat nicht die geringste Ahnung, wo die Freiheit des Menschen, sprich rot geschrieben, des menschlichen Geistes eigentlich Licht. Alles, was dir ein normaler Mensch in deinem Traum als Freiheit definiert hat, mit Freiheit nichts zu tun. Es hängt übrigens damit zusammen, da diese Menschen in deinem Traum immer noch Spiegelbilder sind von deinem Intellekt. Die Freiheit beginnt in dem Moment, wo du ganz bewusst, weil du dieses göttliche Prinzip der Freiheit verstanden hast, etwas tust, was dir entweder unlogisch erscheint, deine Logik sind die Gleise, auf denen du dich geistig bewegst. Und in dem Moment, wo du was machst, was dir unlogisch erscheint, oder unlogisch ist ja das Gegenteil für logisch, das heißt, das wäre jetzt ein Vervollkommnungsakt. Oder du machst etwas, was mit deiner Logik überhaupt nichts zu tun hat. Sobald du was unlogisches machst, ist ja schon eine Verbindung dort zu deiner Logik. Wie ich immer wieder sage, wenn ein Berg da ist, muss auch ein Dalldach sein. Aber es kann ja eine vollkommen neue Welle auftauchen, wo du weder die Seite noch die Seite im kühnsten Raum dir vorstellen kannst. Das sind dann vollkommen neue Gedankenwellen. Und zu denen kommst du erst, die werden erst dann in dir auftauchen, wenn du deine jetzigen einseitigen Vorstellungen haltst. Das heißt, immer wieder, du weißt, wenn wir jetzt zurückgehen, einmal so 10, 15 Jahre in Holofilling Gespräche, wo ich dann immer wieder bringe hier mit Liebe. Ich sage, Mutterliebe hat überhaupt nichts zu tun mit Liebe. Das ist blaue Liebe, das ist programmiert. Die kann nicht anders. So wenig wie das Baby, die Mutter braucht, braucht die Mutter. Das Baby gibt natürlich da Ausnahmen, dass eine das Kind ablehnen. Dann kommen wir in den Bereich der Sexualität. Ist doch reiner Zwang, da müssen wir doch nicht reden. Solange du dich als Brösel, als Trockennasennaffe erlebst, wenn einer meint, er steht über den Dingen. Jedes Programm hat seine eigenen Vorstellungen von Sexualität, seine Fantasien, wo du reagierst drauf, was du schön empfindest, was für Fantasien dir in den Kopf rumgehen, was du dir wünschst, dass du das einmal erleben darfst. Und das kann so widerwärtig, diese Perversionen dann in einer riesen breiten Palette, wenn du dich einmal mit Sexualpsychologie auseinandersetzt, wo es dich dann abgruselt, weil dir das unlogisch erscheint. Hättest du dieses Programm, wer sucht sich das raus? Sucht sich das irgendwer raus? Auf der blauen Ebene sucht sich keiner was raus, den du dir ausdenkst, dass er so geträumt wird, wie der letztendlich verantwortliche, träumende Geist sich das träumt, ausdenkt. Aber jetzt ist es, ist der wirklich verantwortlich, dieser träumende Geist? Ist der nicht auch schon wieder was Ausgedachtes? Das heißt, Freiheit beginnt, wenn du den Bereich von existierenden Dingen verlässt und dir zuerst einmal bewusst machst, dass du Geist, der das Leben erlebt, derjenige, der das Leben erlebt, als Ding an sich, und das muss ich jetzt rot machen, bewusst rot machen, das heißt, der ist etwas, der in keinster Weise existieren kann. Ich kann mir den denken, jetzt wiederhole ich nochmal, ich kann an nichts denken. Dann denke ich das Wort nichts, aber das Wort nichts ist nicht nichts. Ich weiß aber, was das Wort nichts bedeutet. Jetzt bring mir einen, der weiß, was das Wort Gott bedeutet oder das Wort Bewusstsein bedeutet. Es ist dasselbe wie nichts und wie alles. Ich kann das Wort alles denken, aber dieses Wort ist nicht alles und Gott, ein gedachter Gott, ist nicht Gott und ein ausgedachtes Bewusstsein ist kein ausgedachtes Bewusstsein. Und das jetzt zu verstehen, nützt dir intellektuelles Wissen überhaupt nichts. Das muss in einem tiefsten Inneren gefühlt werden. Ich sage schon, das Wort fühlen ist schon wieder was ausgedachtes. Es gibt keine Worte, darum nenne ich das immer, es kann gewusst werden, aber nur von Geist. Rot. Und wenn du Geist bist, dann kriegst du dieses Gefühl. Einfach die Erkenntnis, ich als Ding an sich, rot geschrieben, Ding je. Der Glaube des Geistes selbst, der Glaube Gottes, Ding je. Ich bin etwas, ich bin nicht in der Lage, an mich zu denken, ohne mich automatisch eine Welle aufzuschmeißen, eine Vorstellung von mir zu kriegen, die ich ja zwangsläufig gar nicht sein kann. Ich sage immer wieder, wenn wir Elhajom als das rote Gott das Meer nehmen, Gott ist nicht in der Lage, eine Welle aufzuschmeißen, die aussieht wie das Meer. Er ist immer. Da kommt jetzt unsere Gottessprache, unser Deutsch. Er ist immer. Und was existiert, was Welle ist, Welle ist vergänglich, ist nicht immer, sondern ein oberflächliches Phänomen. Und das haben wir ja tausende Male durchgekaut. Aber der Witz ist, wieso wiederholt sich das jetzt wieder? Weil es noch nicht hundertprozentig sicher installiert ist. Was man aber kein Problem damit hat, wenn man seine eigene Ewigkeit erkannt hat. Weißt du, die Stochastik, um da nochmal zurückzukommen, dieses mit einem Bogen auf etwas schießen, dass jetzt das Eigenartige ist, dass du feststellen wirst, dass jetzt, wenn du meinst, alle haben dasselbe Internet, du setzt immer voraus, dass die Menschen, die du dir ausdenkst, in deiner Welt, die Welt so erleben, wie du sie dir ausdenkst. Da könnte ich jetzt wieder sagen, das kannst du vergessen, wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Wobei immer nochmal betont, der Geistesfunk, der Adam, der hat seinen eigenen Traum. Die Figuren in seinem Traum sind bloß Schatten auf der Leinwand, die haben keine eigene Empfindung. Derselbe Geistesfunk, wenn der jetzt ein anderes Programm hat, derselbe Computer, ich benutze auch immer gern für Geistesfunk das Wort Computer, derselbe Computer, auf dem Bildschirm läuft ein komplett anderer Film, wenn wir die Datei im Hintergrund austauschen. Und das ist natürlich, dass jetzt die Menschen immer so sein werden, wie sie ausgedacht werden. Warum sage ich immer wieder, ich kann dir jetzt so viele bringen, die bei dir auftauchen, ich sage dir, Udo Petsch ist ein totales Arschloch und ein Schwätzer. Und ich sage dir, der hat genauso recht, wie wenn du sagst, das ist ein ganz Lieber und der ist sehr weise. Weil eine Figur in einem Traum wird für den, der träumt, so erscheinen, wie sie ausgedacht wird. Und das wiederum macht das Programm der Glaube in dir. Das ist die Eigenwelt, jetzt könnte ich wieder ganz kurz unsere Holger-Andreow-Geschichte, wo ich immer wieder bringe. Das ist die Videospiele, ich gebe 500 Spielern dasselbe Konstruktprogramm und der Charakter, der zum Spielen anfängt, der bestimmt, wie die Welt wir dir aufbauen. Wir können das ja reduzieren, dass wir mal einfach von diesen offenen Welten weggehen und wir machen jetzt Anno irgendwie, wo man Insel besiedelt. In diesem rudimentären System wird jeder Spieler, wird Häuser woanders hinsetzen und wird seine Infrastruktur anders aufbauen. Wird andere Schwerpunkte setzen. Das ist jetzt eine ganz grobe Metapher, wie das abläuft. Und das stochastische Denken ist, wenn du jetzt ins Internet gehst und du bist vollkommen gegen Holofilling, dann passiert was Eigenartiges, selbst wenn du deine Google-Suchmaschine aufmachst, die sich vollkommen orientiert nach deinen Eingaben, wirst du eventuell, gut, Holofilling ist so uninteressant, aber ich bringe das Beispiel, wirst du als allererstes zuerst einmal hier zwar die Dianer-Seite finden, das sind Dianer-Seite, Redo-Seite, da gibt es ja auch nicht viel, den Heiko, und dann geht es schon los mit Sekte und so weiter und so fort. Schwerpunktmäßig. Wenn du da positiv bist, existiert er so gut wie überhaupt nichts. Vom Charakter. Und es ist halt, wo was zieht dich an? Und du merkst es immer wieder, wenn die Einträge machen. Es spricht eigentlich, die Namen, die mir jetzt setzen, ist eigentlich im Hintergrund, wenn wir es nicht mehr interpretieren, sind Ausdrücke von einem ganz bestimmten Charakter, das wiederum Unterfacetten von dir selber sind, wo Schwerpunkte gesetzt werden, wo sich die Leute aufhängen. Wenn die Leute mit Fragen zu mir kommen, ist es hochinteressant, ich sehe dann gerne an den Fragenschimmer, wo aus dieser Perspektive man sich eigentlich aufhängt. und das sind dann Prüfungen und Tests. Das ist auf den Partnerschaften, wo einer leidet, der macht total ein Holofeeling und der Ehepartner will nichts davon wissen. Und dann versucht man, das gibt ein Riesenchaos, dann ist natürlich angeblich Holofeeling schuld. Ich sage, Holofeeling hat damit überhaupt nichts zu tun, du müsstest bloß den Mund halten. Ich kann doch nicht mehr wie noch mal tausendmal erklären, dass Holofeeling was vollkommen Intimes ist, nur für den Geist, der träumt, nicht für irgendwelche Figuren im Traum, die kannst du auch nicht retten. Es gibt nichts zu retten. Die ganze Schulmedizin, diese unendlich verlogene Wahn. Und jetzt, wenn du mal ganz ehrlich bist, wenn du dich beobachtest, das Wissen, mit dem du arbeitest, es sind wirklich zu 99, noch mal 9 Prozent, sind es irgendwelche angelesene Elemente aus Zeitung und Internet. Und jetzt kommt wieder dieser Satz von mir, den ich nicht oft genug sagen kann. Egal, welche Seite du mir zeigst, wo du dich vollgesogen hast. Ich zeige dir tausend andere Seiten, wo zum selben Thema was ganz was anderes behauptet wird oder sogar das genaue Gegenteil. Jetzt frag dich einmal, wieso du so hundertprozentig sicher bist, dass das, was dir logisch erscheint, dass das richtig, wieso erscheint dir das richtig, hundertprozentig logisch und die anderen Sachen verkehrt. Die Antwort ist ganz einfach. Weil das erste Wissen, wenn du ein Tabula Rasa bist, das allererste Wissen, das du dir einfängst, wie ein Coronavirus, wird so ein Vergleichsmaßstab für alles, was neu in dich eindringt. Nimm einmal den Computer und ich mache auch einen Computer als Betriebssystem, als Grundlogik irgendein Betriebssystem drauf, egal welches. Basic, meine ich bin, DOS, Windows, gibt es ja so viele Betriebssysteme. Dann wirst du feststellen, dass sobald dieses Betriebssystem drauf ist, es nicht mehr möglich ist, von irgendeinem anderen Betriebssystem eine Datei aufzuspielen oder dieses andere Betriebssystem zu installieren als normaler Anwender. Weil da musst du wieder in BIOS vor, weil es ist ja auf dem Computer schon ein Programm drauf, ich brauche ja bei der rein statischen Materiellenmaschine mit den Chips ein Grundprogramm, um überhaupt ein Betriebssystem installieren zu können. Aber das wird jetzt zu weit führen. Und genau diese Symbolik, dass das so funktioniert, ist nicht, weil der Außen der Welt ist und man hat es erfunden, sondern das ist so, wie Geist im Diesen Inneren funktioniert. Weil die Welt sind symbolische Bilder. Wir haben hier jetzt zum Beispiel, ich muss ja fast einmal schnell das ausprobieren, warte mal, Redo, alte Sache, Fiegenstall. Also mit den Bildern werden eigentlich Strukturen, geistige Strukturen... Erzähl ruhig beide, ich suche dich schnell her. Eigentlich mit den sichtbaren Bildern werden eigentlich die Strukturen festgelegt, wenn man sie deuten kann, wenn man sie sehen kann. Die geistigen Schichten und Strukturen werden eigentlich bildlich dargestellt. Offenbar. Offenbar. Offenbar sich das. Bist du noch dran? Ja, ja. Alles klar. Jetzt pass mal auf. Erinnere dich an Fiegenstall, wie du noch ein Hardcore-Dampfer warst. Ja. Dann habe ich ja ein kleines, weil das war zufällig, wir sind da unterwegs gewesen und dann habe ich das Ding eingespielt, habe ich gesagt, das ist im Fiegenstall schon gelaufen, da bin ich aber nicht genauer, soweit ich mich was auf die Erklärung eingange. Und wir schauen jetzt einmal ganz, ganz kurz, ich tue mal einen Bildschirm übertragen. Mit Don, ich hoffe, das haut er mal jetzt wieder hin, mit einem neuen Teil beginnen. Und zwar geht es um dieses Video hier. Lassen wir mal schnell laufen. Habt ihr den Ton? Ja. Oh, die da war sie. Luke Ich bin dein Vater Hä? Nein, nein, nicht Luke Maulwurf, ne? Jetzt interessant Frosch ist der Vater Und der hat einen Sprachfehler Der Maulwurf Und der nennt ihn immer Froschen Und jetzt hören wir mal, was jetzt der sagt Ich mach nur noch ein ganz kurzes Stück Oh, ein Froschen Mein junger Freund Also wenn schon, dann heißt es Frosch und nicht Froschen Ja, Froschen Ich denke, es ist an der Zeit Für eine kurze sprecherzieherische Exkursion Sprich mir bitte nach Er spricht mit Konsonanten Ja, später So Jetzt gehen wir da wieder zurück Das war's Ah ne, die Teilen brauchen wir noch Der spricht nur mit Konsonanten Und jetzt schauen wir mal Also hier, der Vater heißt Froschen Ich bin als blauer Brösel UB dein Froschen Okay Schau mal B R Shin N Froschen Konsonant Erotix Ich bin der Erklärer Der Kommentarer Der alles auslegt Die Grundratix davon ist Frosch B R Shin Das ist jetzt schon etwas Komplexer Das sind zuerst einmal Auslegen hat Was mit Exkremente Zu tun Ex heißt heraus Krement Da kommt das Krematorium her Das heißt, das was herausgeht Verbrennen Polaritäten Da haben wir zuerst einmal Die Polaritäten rennen Das sind unsere Gedanken Wenn die zum Schwingen anfangen Die Polaritäten fangen zum Schwingen an Die Polaritäten rennen Wir können natürlich auch das BR nennen Als erstes Dann haben wir das Äußere Das sind ja die Exkremente Und dann kommt ja ENN Du kommst aus dem System Nicht raus Wenn du das merkst Und ENN Ist jetzt die Wolke Wenn man Wolke umsetzt Dann haben wir Doppelt aufgespanntes Oil Mit einem Kaff hinten Wir wissen Oil Ist hochgehoben Das Joch Wir haben wieder unsere Welle W Ein doppelt aufgespanntes Joch Das Kaff am Ende heißt Dann wieder ein doppelt aufgespanntes Joch Das ist die Vollkommenheit Dann fängst du aber nur Inkonsonanten zum Sprechen an Jetzt Ich zeige dir Das bei jeder Kleinigkeit Die in dir auftaucht Im Hintergrund Diese Matrix mitläuft Das ist die Vordersprache Und du musst Erst einmal neugierig werden Man muss Grundlagen schaffen Man muss Grundlagen schaffen Und das ist ein Weg Das ich immer wieder Darauf hinweise Wenn du lesen und schreiben können willst Zumindest in einer Sprache Musst du lesen und schreiben lernen Und wenn ich dich jetzt frage Kannst du lesen und schreiben Sagst du ja Zumindest in einer Sprache Dieses Ja ist ein Chat Aber das Chat Ja sagen zu können Musst du viele kleine Einzelelemente In der Schule Wenn du jetzt zurückblätterst Und das ist jetzt wieder unsere Schiefertafel Am Anfang des Gesprächs Die Vordersprache ist natürlich Allumfassend Da geht es nicht nur um Sprachen Sondern um alle Wissensgebiete Und die sind extrem komprimiert Und jetzt kommt die Sache Mit der Vordersprache Wenn du Deutsch beherrschst Was du ja beherrschst Wohlgemerkt Ich rede mit dem Der uns jetzt ausdenkt Zumindest die deutsche Sprache Beherrscht du Sonst werde ich in dir Gar nicht aufgedacht Weil das die göttliche Sprache ist Die Vordersprache ist Deutschland auslegen und deuten Darum sage ich Wenn du nicht Deutsch denkst Und ich betone nochmal Jetzt für Rassisten oder was Solange du nicht Deutsch denkst Wirst du auf die höheren Ebenen Nach Alemannien In die höheren Ebenen nicht kommen Ich rede jetzt nicht von Deiner Traumwelt Wir reden von ganz was anderes Und dabei spielt es keine Rolle Was für einen Körper du jetzt hast Ob du dunkelhäutig bist Oder Schlitzaugen hast Hat nichts mit Rassismus zu tun Und man kann das sehr sehr leicht lernen Wenn man neugierig wird Zeit spielt sowieso keine Rolle mehr Da musst du zuerst nochmal verstehen Dass sowieso alles hier und jetzt passiert Apropos war es mir gerade Einfällig Gespräch mit Johannes war ja da Wenn die Augen verdreht hat Ich komme mal schnell nochmal Zur Politik Zur aktuellen Politik Mit der AfD Ich betone immer wieder Wenn ich jetzt Wenn du den Eindruck hast Solltest ich bin rechts oder links Ich bin absolut mittig und heilig Was die Schwierigkeit ist Wo er geschaut hat Wo ich gesagt habe Die Leute sind so oberflächlich Ich mache jetzt einmal In meiner normalen Derblichen Derben Brösel Sprache Wir werden jetzt sehr stark konfrontiert Wir meine ich Die verstanden habe Noch in der Welt Zum Johannes gesagt Ich bleibe jetzt voll in deiner Logik Wenn du das mitgehst Zu tun mit der Nation Das sind auch Nationen Die dieselbe Existenzberechtigung haben Die haben sich voll integriert Dass diese Vernadiger Höchstwahrscheinlich Rechts wählen Das ist logisch Da kann aber die AfD nichts dafür Aber die Die das mit Sicherheit Absolut nicht gutheißen Ist die AfD Und weißt du wieso? Weil nichts kostet Die mehr Wähler stimmen Wie solche Spinner Die ausrasten Und wieder fünf oder sechs Ausländer Über den Haufen schießen Also zu behaupten Die AfD ist dran schuld So als wenn die das ja Die Initiatoren sind Für diese Rechtsradikalen Extremamokläufe Nee ganz ganz bestimmt nicht Die ersten Die das verbieten würden Wäre die AfD selber Weil das denn ja Ganz extrem Wählerstimmen kostet Innerhalb dieses logischen Konstruktes Und dann hat der Johannes geschaut Und dann hat der Johannes geschaut Und dann hat er gesagt So habe ich das ja überhaupt noch nicht gesehen Und dann habe ich gesagt Das ist nicht das Einzige Was du noch nicht so gesehen hast Wie man es zusätzlich noch sehen könnte Wenn man sich selber vervollkommnet Und das hat jetzt die Aussage Hat nichts damit zu tun Dass ich das gut oder schlecht finde Ich finde alles gut Als Einzelteil Weil ich weiß Dass jeder Moment Der in mir auftaucht Ein systemrelevanter Oder nicht systemrelevanter Parameter ist Die wieder unter dem Wort Zusammengehören Das habe ich lang und breit Bei meinem Kopf Ich denke ein Beispiel erklärt Dass man selbst Die systemnichtrelevanten Parameter Wichtig sind Weil ich sage Selbst die Wellendähler sind wichtig Wenn ich die als System Nicht relevant habe Ohne die Dähler Gibt es keine Berge Für den Der es noch nicht verstanden hat Nochmal in Kurzform Wenn ich jetzt sage Was ist wichtiger Zum Autofahren Der Motor Oder irgendein kleiner Systemrelevanter Kabelstecker Die Stromzuführung Zur Zündung Die sind gleich wichtig Ob du den Motor ausbaust Oder den Kabelstecker abziehst Das Auto wird nicht fahren Das System Von dem ich jetzt rede Ist das Fortbewegungsmittel Automobil Es gibt systemnichtrelevante Parameter Zum Beispiel den Rückspiegel Den kannst du wegmachen Deswegen würde das Auto Trotzdem fahren Aber du brauchst ihn trotzdem Weil wenn ich sage Systemnichtrelevante Parameter Sind Wellendähler Da muss man natürlich jetzt Aber ein abstrakter Denken können Brauche ich für jeden Systemrelevanten Parameter Systemnichtrelevanten Parameter Sonst kommt das ganze System Aus dem Gleichgewicht Wenn ich jetzt in die geistige Welt gehe Holofilling ist was ganz was anderes Und wenn du unsicher bist Und du meinst du müsstest das jetzt Irgendeinen Mitmenschen In deinem Traum Als Brösel erklären Die sind für mich nicht wichtig Die Figuren in einem Traum Sind für mich überhaupt nicht wichtig Mich interessiert nur Der Geist der träumt Und das bist du Hundertprozentig sicher Sonst würdest du Dieses Gespräch jetzt nicht hören Und das besser und schlechter Denken oder die Eifersucht Die hochkommt Wie auch immer Du musst bloß der werden Der merkt Dass du wieder eifersüchtig bist Oder dass du dich Dich selber schlecht machst Ich habe ja noch keine Ahnung Das weiß ich ja nicht Puh da muss ich noch so viel lernen Ich sage du musst Wie definierst du lernen Solange du lernen Mit deiner Logik definierst Dass du von außen Irgendwelches Wissen In dich hineinschaffest Hast du Holofilling nicht verstanden Ich sage dir Das ist alles schon in dir drin Schau mal Wenn ich jetzt den Reinen intellektuellen Wissensstand Vom Redo Und von der Diana Und wo ich ja Wama schon gesagt habe Die zwei Brösel Hinter denen Stecken geistig gesehen In absolute Granate Das sage ich jetzt Als der der ich bin Das heißt Die zwei Brösel Die du jetzt Auf dem Pixel Als Pixelmännchen Vor dir hast Überragen Alles an Nobelpreisträger Im reinen wichtigen Wissen Des Lebens Des geistigen Lebens Die du dir überhaupt Auszudenken vermagst Was musst du dir tun Ja so viel studieren Und machen Wenn ich sage Wie viele zigtausende Von Einträgen der Redo Hier in unserem Gemma Tri-Explorer Gemma Tri-Explorer Gemma Tri-Explorer Gemma Tri-Explorer Gemma Tri-Explorer Du musstest gar nichts Gemma Tri-Explorer Das passiert Es ist doch schon immer In dir drin Aber was du jetzt Begreifen musst Den denen ich das erzähle Es ist nicht in dem Redo Und in der Diana drin, die du dir ausdenkst Für dich natürlich schon Weil du dir das jetzt Vielleicht in diese Köpfe Die du dir ausdenkst Hinein denkst Aber wo kommt das Wissen Im Redo und die Diana Eigentlich her Oder das Wissen in der Mude Wo kommt das jetzt her Aus dem, der sich Diese Figuren ausdenkt Bist das nicht du Du wirst Eine kurze Phase Durchlaufen Wo du Angst kriegst Vor dir selbst Ich sage immer Es wird dich im tiefsten Innern erschüttern Und umso demütiger Du jetzt wirst Umso mehr Wissen setze ich in dir frei Das ist mein Geschenk Für dich selber Und dieses Verstehen Jetzt ist nicht mehr Intellektuelles Wissen Das ist die Verwandlung Von reinen intellektuellen Wissenselementen Die verschmelzen In ein Verstehen Das dann in eine Sprachlosigkeit führt Und diese Sprachlosigkeit Jetzt wirst du zum Adam Darum heißt Adam Auch schweigen und stillen Das ist das Wenn Das außergewöhnliche Jetzt meine An diesem Pixelmännchen Udo Wenn ich mich hinsetze Und sage Alles was ich dir erzähle Ist dein Wissen Ich bin eine Figur In deinem Traum Ich wüsste das doch gar nicht Wenn du das nicht träumst Du jetzt Als träumender Geist Bist dir in dem Moment Auch was ausgedacht ist Wo hat der träumende Geisteswissen her Das ist der Weg In das was die Christlichen Kirchen Das Jenseits nennen Jenseits des Diesseits Und da ist schon wieder Eine Spiegelung drin Du weißt es Ulam Abba und Ulam Emet Das hier was die Normalen Menschen Diesseits nennen Ist eigentlich das Jenseits Und das Jenseits Ist es Dienseits Genau Jenseits der Einheit Weil die Ulam Emet Ist die Welt der Wahrheiten Und die Ulam Abba Die Welt die kommen wird Das ist eigentlich Die Welt der Heiligkeit Die dann natürlich Im Meer Schon immer da ist Gut geschrieben da Das kann ich jetzt Als 470 lesen Dann habe ich die Geschlossene Quelle Die wird so Im geöffneten Augenblick Wenn es blau wird Oder die Geschlossenen Schöpfer Der ist noch geschlossen Und das Schatzkästchen Das wir aufmachen Ist der Wortschatz Den ich dir mitteile Der sich in dir Verbirgt Ganz tief in dir Ist dieser göttliche Wortschatz Der Vordersprache Und das ist jetzt Wieder so Das göttlich Geniale Ein ganz simples Einfaches System Des universell ist Allumfassend Ich rede jetzt nicht Nur von reinen Sprechsprachen Es gibt ja auch Eine religiöse Sprache Und physikalische Sprache Die Formelsammlungen In den Physikbüchern In den Arigmetikbüchern Oder dann auch Diese eigenartigen Formeln In den Chemiebüchern H2O Diese Kürzel Die geben alle Mit der Vordersprache Mit diesem kleinen System So einen unendlichen Sinn Kurzer Einschub Gestern habe ich ein Rezept Für meinen Meldlichen Vater Habe ich ein Rezept Abgeschrieben Weil das war so Kleinen Ausdruck Aus der Zeitung Habe ich es ihm In Word geschrieben Und beim Schreiben Und Abschreiben In diesem Kuchenrezept Da ist bei mir Ein Feuerwerk abgelaufen Bei dem Kuchenrezept Zucker, Butter Und alles mischen Und da geht es Da geht es ab Das ist ja Wahnsinn Gero Gero Schau dir jetzt einmal Du Geist Schau dir jetzt einmal Die Freude Auf diesem von dir Ausgedachten Gesicht Vom Rieder Ulof Willing Ich erwähne immer Gott Das ist übrigens Die Maggi Düden So ein Beispiel Das ist all was es ist Das Froschen Wenn du schaust So Kleinigkeiten Ein Blödsinn Ich mache das mit jedem Wenn ich dabei bin Jetzt Wenn mir am Stammtisch Mit dem Beze Der hat jetzt zumindest Den Grundlagen Wortschatz Und ich betone es Der sagt Wie geil ist das denn Der von selber sieht das nicht Der fächert ja jetzt schon Extrem auf Aber bei jeder Kleinigkeit Ich gehe spazieren Dann ist da Eine kleine Werbetafel Und dann schmunzle ich Wenn wir spazieren gehen Dann sagt irgendeiner Was ist jetzt da Habe ich gesagt Der Schau heißt Ja was steht denn alles drauf Also normal lesen kann es ja jeder Bloß ein paar Worte Und dann sage ich Wenn ich dir das jetzt Bei der Zeit In diesem Stand Erklärt soll Du hast vier Wochen Zeit Das ist nur Nur ein Augenblick Das ist weil du zeitlos denkst Weil die Chats da sind Ja Das ist wie wenn ich sage Kannst du lesen Und du sagst Ja Was ist lesen Dann kannst du auch Ich sage nicht Du hast vier Wochen Zeit Sondern wie lange brauche ich Um ein Lesen beizubringen Ich muss jetzt erst einmal schreiben Die Zeichen können Wenn du das hast Ist das nur ein Ja Das kriegst du gar nicht mehr mit Und damit erhöht sich Deine Denkgeschwindigkeit Bis du dann ich bist Dann fängst du auch Mit Lichtgeschwindigkeit zu denken Das schöne Lash Video Wo ich reingestellt habe Wenn du dich erinnerst Wo der absolute Nullpunkt Ist kein Raum mehr da Ja Und dann geht er in die andere Richtung Wo dann das schwarze Loch macht Da sollte man die Physik In Nullpunkt Gottes lesen Wo übrigens auch das Schöne drin ist Hier mit der Stochastik Genau Dieses einfache Was bedeutet stochastisches Denken Das wird gesteuert Von deiner Logik In dem Moment Wo du neugierig wirst Und du willst jetzt Irgendwas wissen Fängst du ja schon Von vornherein an Zu sympathisieren Wir bleiben mal In politischen rechts und links Du hast in deinem tiefsten In deinem kann Eigentlich eine Rechtsorientierung Dann wirst du dich informieren Und dann wirst du Von mir Permanent In diese Richtung Wo du hin willst Geführt Das hast du Wirst immer mehr Beweise kriegen Dass das eigentliche Richtige Ding Das rechte Denken ist Hast du eine Linksorientierung Wirst du Wenn du ins Internet gehst Von mir hauptsächlich Immer Seiten Als erstes vorgesetzt bekommen Wo du immer mehr Dich nach links orientierst Denk wieder Wenn du auf der Spitze stehst In beiden Fällen Wirst du eben wieder Rechts oder links runterfahren Von der Spitze Von der Heiligkeit Das heißt Du beweisst dir Das durch dein Wollen Was im tiefsten In deinem Wollen ist In dem Moment Wo du jetzt ins Internet gehst Und du sagst Ich will mich einmal schnell Über Holofeeling informieren Kriegst du zuerst einmal Die ersten paar Seiten Hast du die Holofeeling Seiten Die sind so ein Schwall Von Wissen Wo du nichts damit anfangen kannst Weil es ein riesen Komplex ist Das voll aus dem Zusammenhang Gelesen wird Ich verweise immer noch hier Zu den Anfängen des Internets Wo die ersten Dieses Philosophie und Freidenker Forum War um Um 99 rum War Da hat es ja noch Internet noch mit Modem Wenn man Telefonhörer Ganz langsam ins Internet geht Eins der ersten Foren Ein Philosophie und Freidenker Forum Und irgendjemand Ich mache jetzt Eine raumzeitliche Geschichte Hat da mit Holofeeling angefangen Und dann hat dieser Administrator Hat dann hier das geblockt Weil er auf seinen Philosophie und Freidenker Forum Keine Werbung Für rechtsradikale Sekte macht Und damals hat es ja nur Ich bin du Du bist ich Die ersten zwei Drei Bände gegeben Und du musst dir vorstellen Der hat es dann In dem Philosophie und Freidenker Forum Gespart Und dann hat er noch Ein Kommentar gegeben Wenn irgendeiner was Über Holofeeling schreibt Dann wird er das sofort löschen Weil er hier nicht zulässt Dass in seinem Forum Werbung für eine Rechtsradikale Sekte Gemacht wird Und eigentlich müsste man Diese Bücher Vor allem Ich bin du In Verfassungsschutz melden Weil das Rechtsradikale Gedankengut ist Dann soll ich Hör Reden wir von denselben Hat er dasselbe Buch gelesen Das wir Ich bin du nennen Und dann hat sich herausgestellt Es war diese Stelle Auf einer Seite Wo es heißt Deutschland Ich möchte euch zurufen Deutschland erwachet Aber der hat die Sätze Vorher und nachher nicht gelesen Weil ich vor dem roten Deutschland In Deutschland In Gottes Land Das Land der Dichter und Denker Diese Dichter und Denker Haben wir noch in unserer Politik Es sind doch bloß noch Machtgierige Insekten Diese Insekten Die Sekten sind die Parteien Es sind rechthaberische Parteien Dass nur Macht daher geht Und innerhalb der Parteien Um Posten geschachert Und die gehen über Leichen Um ihre Macht zu erhalten Und das Thema haben wir jetzt Mit dem Coronavirus Was du zu lernen hast Die Symbolik Das hast du mal ohne Wörter aufzufächern Ist wie viel Trocken-Nasen-Affen-Säuge Die Überlebens-Trieb Ist in diesen Tierchen noch drin Aber wenn sie jetzt Wegen nichts anfangen Sich schon Vorräte Für die Zukunft Die Supermärkte Die Nudeln Und das Zeug auszukaufen Und jetzt mach mal Sprungredo Vielleicht wenn du dir Die Arbeit machst Bei dir in deiner Datei Erinnere dich einmal Wir blättern mehrere Jahre zurück Die Love Barade Die Liebesparade Im Ruhrgebiet Wo dieses Chaos Ausgelöst wurde Und Menschen haben Andere Menschen Ah ja genau Da haben wir Super Update gemacht Ja 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 Such das raus Du das nach diesem Selbstgespräch Noch mit reinstellen Muss ich mal schauen Wo das ist Wenn das findest Ja Und da habe ich Das Selbstgespräch Soweit ich mich grob erinnere War das erste Dass ich ja so eine Rinderherde Die durchgeht Ja ja Stamp it glaube ich Heißt das im Englisch Ja 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 Wo die durchgeht Und dann war doch Die Zeitung in Fall Haben sie einen Verantwortlichen gesucht Und ich habe gesagt Wie hirn verbrannt Sind die eigentlich Dass jetzt irgendeiner Die Verantwortung Der Oberbürgermeister Übernehmen muss Oder der Veranstalter Übernehmen muss Weil angeblich Homo sapiens Vernunftbegabte Zivilisierte Menschen In Banik geraten Und sich wie wilde Tiere Menschen tottrampeln In ihrem Fluchttrieb Weil sie meinen Ich muss weg Ich muss weg Mir könnte was passieren Die selbe Situation Hast du jetzt wieder Da sind doch Nicht irgendwelche Verantwortlich Wenn hier diese Menschenmassen Die ja vernunftbegabte Menschen Sich gegenseitig Tottrampeln Sind Tiere Deine Menschheit Sind Tiere Deine Politiker Deine Bevölkerung Sind Tiere Ich drücke es einmal Einfach aus Es sind einfach Nur Informationen Genau Von wem sind das Die Informationen Die inneren Formen Von dem Der sich aus Die ausdenkt Diese Affenherde Und so Vollkommen Geistlos Unbewusst ist Dass er meint Er hat mit diesen Gedirs Diesen Insekten Ob wir die jetzt Zeugen Jehovas Oder Katholiken nennen Ob man die CDU Oder SPD Oder AfD nennen Spielt überhaupt Keine Rolle Oder Buddhisten Oder Moslems Wo kommen die Alle her Das was ich dir Jetzt sage Ist hundertprozentig Sicher Die kommen aus dir Und wo befinden Sich die jetzt In dir Das ist hundertprozentig Sicher Und ich betone Jetzt nochmal Allen einsten Dessen der ich bin Du wirst bis in Alle Ewigkeit Leiden Bis du dieses Hundertprozentige Sichere Tatsache Akzeptierst Du wirst nicht Erwachbar Und du hast In deiner Brüssel Rolle Nichts zu tun Die lässt du Ganz normal Weiterlaufen Ich lasse das Leben Unangetastet Ich verlache nicht Dass du irgendwo Eintrittst Dass du irgendwo Austrittst Ich würde nicht Mal verlangen Wenn du Zermassenmatter bist Dass du aufhörst Menschen umzubringen Wenn du Kinderschänder bist Würde ich von dir Nicht einmal verlangen Dass du aufhörst Kinder zu schänden Ich will bloß Dass du was du magst Bewusst magst Dann wirst du Zuerst einmal Der auf der Bühne Sein Der das Weiterspielt Weil was Das bin ich ja Nicht Das ist eine Rolle Die mir Vom Autor Vom Zeichnerwecker Vorgesetzt wird Und da der Zeichnerwecker Ich bin Und ich ja Du bin Von dir selbst Vorgeschrieben wird Aber das Theaterstück Wird dann nicht Mehr lang dauern Wenn du den Punkt Erreicht hast Wirst irgendwann Das Theaterstück Aufhören Und du bist dann Wieder der Der du schon Immer bist Dieser Schauspieler Der nur eine Rolle In seinem eigenen Traum spielt Jetzt habe ich es Zum Glück Auf den Punkt gebracht Das ist es übrigens Wäre Dass du jetzt Hier zurückspulst Und dir das Noch mal Ein paar Mal Anhörst Und vielleicht Findet Hier Der Redo In seinen geistigen Archiven Dieses alte Update Von der Lovebrite Wo ich doch Das Problem eingehe Vernunftbegabte Menschen Die sich in einen Fluch trieb Weil jeder Will nur seinen Scheißdrecks Auf dem Arsch retten Auf irgendeine Art Und Weise In jeder Situation Das hat mit Freiheit Nichts zu tun Freiheit Ist da zu stehen Fordere dein Wille Geschehe Mach mit mir Was du willst Dann hast du Verstanden Dass du nicht Aus dieser Logik Heraus kommst Durch Davonlaufen Durch gegen irgendetwas Ankämpfen Oder irgendwelche Einseitigkeiten In der Welt In deinem Traum Intronisieren wollen Wenn es doch In meinem Traum Keine Grieche mehr gibt Was ja Symbolisch für Zerstörung steht Dann ist alles gut Ich sage es ist gut Aber es ist Dann nicht schlecht Und dann wirst du feststellen Der Schlechte Kommt automatisch Wieder Evolution Revolution Wir haben immer wieder Dasselbe Spiel Dieses Handeln Von einem Bein Auf dem anderen Der Jakob Jakob Du musst die Balance halten In Gott Du Es kann nur der Geist Der mit dich ist Mit Ich Nie irgendwas Was ich da oder da Oder da oder da Hin will Befindet Einseitigkeiten Und Einseitigkeiten Anstrengt Die heilige Verkommenheit Kannst du nicht Zerstören Selbst wenn du Wählen aufschmeißt Bleibt es Immer Im Gleichgewicht Wie ich schon gesagt habe Du musst die Null Die Wasserlinie Die wir uns jetzt denken Die eigentlich ein Punkt ist Bloß umdrehen Dann hast du das Gleichheitszeichen Und dann ist eben Fünf und fünf Ist halt dann zehn Aber die zehn Rot geschrieben Ist der kleine Gott Aber dieser Kleine Gott Oder der Intellekt Der auch im Gleichgewicht ist Aber du bist halt Fehlerhaft im Denken Klingt jetzt wieder Etwas Wenn man das Prinzip Nicht verstanden hat Und das ist es Schön Und da gibt es so viele Möglichkeiten Weil du kannst die Regeln Verändern Regel RGL Eine berechnete Welle Das berechnete Geistliche Licht Und das ist ja Das Bein B-A-I Jetzt kann ich B-A-I Lesen Das Bein Die Bollary Gate Ist nicht existierend Oder im nicht existierenden Weil die zwei Sachen Befinden sich eigentlich Immer in diesem Mit-L-Punkt Du merkst Das ist Wenn man jetzt Im Hintergrund Die Grundelemente Der Vordersprache hat Ist jedes Wort Dem geringsten In dem roten Kopf Der letztendlich dein Kopf Wissen Der der weiß Der redet nicht Der lässt die Figur In deinen Traum Zu dir reden In deiner extremen Vielfalt Die du wiederum Letztendlich In diese Einheit Verbinden musst Aus der sie herkommt Die Vielfalt Darum sage ich Ich mache dir Alle Wissenselemente Zu eigen Und das magst du nicht Wenn du von einer Unendlichen Menge Von Wissenselementen Die große Masse Vollkommen ignorierst Weil es dich nicht Interessiert Und dieses Winzige Nichts von verschiedenen Wissen Die jetzt für dich Noch da sind Wenn wir die ignorieren Noch mal wegklammern Du noch mal eindeist In richtige und verkehrte Und dann bloß die Haben willst Die dir richtig erscheinen Und die anderen bekämpfst du Das ist der totale Geistlose Akt Der Selbstentheiligung Das ist der Zustand Des normalen Menschen Daseins Und wie gesagt Jetzt wenn ich das Jetzt entsetzen sollte Du brauchst Einfach nur die Geduld Sehr viel Geduld Das ist wie mit dem Geber Das ist ja immer wieder Wenn man den Die GB-Radix Habe ich jetzt so oft gehabt Wenn der Geist polar wird Polare Berechnungen Macht Das BR Die Polaren Berechnungen Da haben wir zuerst Mal das hier Aber die polare Berechnung Als Ding an sich Ist dann schon das Äußere BR Das steckt in dem Geber drin Diese Erkenntnis Das ist die menschliche Potenz Ja Leute So ist das Leben Wir sollten mal reden Bis wir zwei oder wir drei Mal in denach reingehen Mal in die Tiefe Zeigen Diese Geheimnisse Jeder kleine Vers Ist ein kleiner Aber das muss ich euch Ja nicht erzählen Oder man Man macht dann das Spiel Ich habe jetzt hier In die Gespräche Mehrere Male Die Diana erwähnt Mit ihren ersten Büchern Wo ich sage Das ganze zweite Ritter Ich sage jetzt einfach Einen Namen Die macht das Spiel Wie du Die schreibt es bloß nicht auf Sie sagt Bis in der Früh War ich gesessen Und dann habe ich Das nachgeschaut Und das Und dann musste ich So arg lachen Sagt er Dass sie gleich Der Joe Denkt einmal Der wird jetzt denken Ich spinne Weil der geschlafen hat Und ich sage Schau genau Das ist das Was die Diana gemacht hat Die hat das bloß hingeschrieben Du hast jetzt dasselbe Wenn du mal die Grundlagen hast Was ein BC macht Aus der Watt Und jetzt hast du einfach Mal neugierig Was soll ich jetzt weiterlesen Ich sage immer wieder Wenn du das Wort Schon einseitig auslegst Kannst du den Gesamtkontext Von mehreren Worten Gar nicht erkennen Also schau dir einfach Mal ein Wort genauer an Ein einziges Wort Also was machen wir Wenn man ein Wort hat Wir gehen mal In DWDS Dann schauen wir Die klassische Etymologie an Wo es natürlich Sehr fehlerhaft noch ist Diese ganzen Schriften Also dieses DWDS Dann sehen wir Ist die Grundlage griechisch Oder ist sie lateinisch Dann schaue ich mal Die Wurzel in griechisch In lateinischen An Dann kann ich Oder je nachdem Was mir in Sinn kommt Oder ich gehe gleich Und schaue mal hier Dass ich das Hebraisiere Auf irgendeine Art und Weise Von den vielen Möglichkeiten Dann gehe ich hier In unseren Gematrie-Explorer Wo wieder andere Wörter auftauchen Und wenn ich nicht jede Kleinigkeit Nachschauen muss Und das stimmt ja immer Das Verrückte ist Wenn du das Prinzip verstanden hast Was du feststellst Egal was auftaucht Du hast so oft ein Schmunzeln Oder ein erstauntes Aha Oder ein Kling Das für die Art Zusammensetzt Wie ein Riesen-Buzzle Der Schöpfer-Kräfte Fällt in einen tiefen Schlaf Ich zitiere aus unserer Schöpfungsgeschichte Des Adams Und dann entnehme ich OB Aus diesen Herder Schöpfer-Kräfte Eine Rippe Die Zeller Die Seide Das ist ein Schattenaugenblick Die Geburt eines Lichtaugenblicks Das ist das blaue Lichtaugenblick Das Zeller Heißt auch nur eine Seide Übrigens das Wort Und stell die vor Dem träumenden Geist Vor dem Herrn Der Schöpfer-Kräfte Stell dich vor ihm hin Und sag Das ist deine Eva So steht es In der deutschen Übersetzung Im Hebräischen Heißt es deine Chava Dieses Wort Chava Heißt etwas ausdrücken Nach außen drücken Etwas auslegen Nach außen legen Und ein Erlebnis haben Du erlebst das Was du träumst Was du dir um dich herum ausdenkst Das ist die Eva Aber jetzt kommt der Trick Und jetzt nehme ich Diese eine Seite von dir Und du sie wieder zurück In dich rein Und mach dich eins mit ihr Treib aber zwischen Dir Geist Seger Und der Nechaba Diesen Erlebnis Einen Keil Das ist die Neulinie Unserer Wellen Das Prinzip Wo ich immer sage Du musst diese Metapher Der Gedankenwellen Die musst du komplett Verinnerlicht haben Erteilt das mehr In ein Oberhalb Und in ein Unterhalb Vers 6 Das ist das Wo sich was aufspannt Das was immer ist Das ist eine grobe Metapher Mit unserer Wasseroberfläche Wie gesagt Genau genommen Ist das nicht eine Fläche Wo es einen oben Und einen unten gibt Sondern einen Punkt Und einen drumherum Das ist die Dreidimensionale Vorstellung Sehr trügerisch Es ist alles Nur flach Flach FLA Ist PLA Das ist das Wunder Einer Kollektion Modernität Und dann Ihr Spiel Und da haben wir Jetzt natürlich Verschiedene Sachen Weil muss ich jetzt Ganz kurz Einmal einschalten Für euch Zwei nicht Weil ihr dabei seid Aber ich mag es Trotzdem hier Darin beginnen Gehen wir Triexplorer Wir haben jetzt Das Wort flach Das heißt Unsere Farbrille Und diese Dreidimensionale Illusion Baut ja auch Definitiv Bloß auf Auf zwei flachen Bildern Die genau genommen Vier Bilder sind Weil deine Augen Die wir uns jetzt Bewusst AGN Die Becken Dass die zwei Augen Wenn wir mal hier Jetzt in die klassische Biologischen Aufbau sehen Löschen Das ist die Radix AGN Damit schon mal Die Becken Das heißt In Ecken Beziehungsweise Polare Ecken Zwei Vier Sechs Acht So geht es hoch Darum ist es auch Ein Gefäß Das kann man hier Ein bisschen reingehen These Antithesispiegelungen Diese Augen Sind diese Augen Wird in vier Teile Aufgeteilt Unsere Retina Ich glaube ihr Bleibt bei dem Flach Sonst ufe ich Wieder zu euch aus Dieses Flach Wäre jetzt praktisch Ein V Das ist natürlich Auch das P Ein L Ist auch Vergessen Das müssen wir Mit rein machen Bin ich jetzt Denn blöd B L O So Jetzt habe ich es Wenn durcheinander Das ist Bela Das ist Das ist Das ist Was vollkommen Ungewöhnliches Das heißt Etwas Was du nicht Gewohnt bist Ist dass es Wunder gibt Diese Wunder Wenn ihnen die Auftragung Die werden immer Rätselhaft erscheinen Weil sie eben Wunder sind Rot gelesen Die Weisheit Des Lichtschöpfers Wenn wir es Blau lesen Dann wird es Fee Wird es eine Facette Ausgedachte Lichtschöpfung Jetzt haben wir hier Natürlich noch Ein Chat Wenn wir jetzt Ein Chat Ransetzen Würde normal Sagen Das gibt es Nicht das Wort Es gibt So unendlich Viele Wörter Die nicht In deine Wörterbücher Drin sind Die es aber Trotzdem gibt Du hast Jetzt hier Wenn ich Jetzt da Hinschaue Habe ich Immer in Stücken Lesen Habe ich Schon Das nichts War zu Spiegelungen Musst Plus 11 9 Lesen Du kannst Da auch Natürlich 100 Lesen 10 9 Dann hast Du hier Eine affine Intellektuelle Spiegelung Du kommst Aus dem System Nicht raus Adbas Ist immer Dann das Gespiegelte Die Öffnung Von UP Wenn wir es Blau Machen Okay Aber wir Können Jetzt Folgendes Machen Wenn wir Hier Dieses Lach Das Schmeißen Wir Jetzt Bei dem Flach Das Aus Als Vokal Okay Jetzt Kriegst Den Milch Milchstein Wir Müssen Was Spalten SB Beginnt Das Spalten Beginnt Schon Wieder Mit Schwelle Die Fängt An Zu Alternieren Ich Kann Natürlich Auch Hier Das Bewusstsein Ist Die Weisheit Gottes Lesen Das Ist Jetzt Dieses Spiel Zwischen Diesen Zwei Sachen Wir Rausschmeißen Das Ist Jetzt Dein Persönlich Limitiertes Licht Pella Da Setzt Metzt Das Hintran Hast Ausgesondert Du Wälzt Was Aus Okay Das Sind Dann Die Wunder In A1 Beziehungsweise Die Wunderschöpfungen Da Ist Die Grundradix Nettel Mit Der Vorsilbe Das Hast Jetzt Geboren Werden Gebären Blinken Versager Viel Blindgänger Und Fehlgeburten Aber Die Sind Letztendlich Die Ursache Für Dein Lach Und Lach Ist Deine Lebens Frische Das Ist Die Brösel Die In Die Rump Wimmeln Die Sich Gegenseitig Tot Rennen Wenn Sie Ihren Rage Retten Wollen Das Sind Geschichten In Geschichten In Geschichten Und Das Ist Alles Was Ich Jetzt In Kleinen Häppchen Er Erklären Muss Ich Sag Immer Gerade Aber Da Musst Du Zuerst Die Vordersprache Verstehen Und Wenn Ich Jetzt Immer Auf Die Fehler Hinweise In Die Physik Bücher Und Ich habe Normal Gebildeten Menschen Da Muss Ich Erklären Was Die Physiker Die Du Dir Ausdenkst Eigentlich Glauben Was Sie An Universität Gelernt Haben Und Wenn Du Das Populär Wissenschaftlich Dieses rudimentäre Wissen Hast Dann Kann Ich Dich Als Geistesfunk Nicht So Sein Können Wie Du Das Gern Hast Innerhalb Dieser Logik Die Widerlegt Sich Doch Laufen Selber Dass Hier Laufende Entdeckungen Gemacht Waren Von Etwas Was Du In Keinster Weise Entdecken Kannst Dass Du Dir Ausdenken Kannst Was Man Dir Das Vorher Erzählt Es sind Logische Konstrukte So Nenne Ich Das 99,9 Prozent Von Intellektuell Wissen Ob Das Religiöses Wissen Ist Oder Naturwissenschaftliches Wissen Wissen Wird Zu Anschauen Gebracht Von Einem Computer Der Diese Datei Hierarchisch Gesehen Vorher Bekommen Hat Und Aufgrund Dieses Wissens Der Schwamm Inhalt Kann Auf dem Bildschirm Diese Vorstellung Auftauchen Hättest Du Dieses Wissen Nicht Diese Datei Nicht Gibt Es Überhaupt Keine Möglichkeit Dass Du Das Dir Ausdenkst Dass Du Das In Die Welt Rufst Aber Du Bist So Programmiert Dass Du Meinst Alles Was Du Dir Ausdenkst Ist Da Außen Schon Bevor Du Denkst Und Das ist Die Falle Auf Der Ich rum Solange Du Dich Selbst So Einen Denker Magst Der Felsenfest Davon Überzeugt Ist Dass Mit Der ganzen Scheiße Mit Den Exkrementen Die In seinem Kopf Rennen Brennen Verbrennen Bis sie sich Wieder Auflösen Dass Er Weil Diese Geistlosigkeit Hat Es Gar Nicht Verdient In Eine Höhere Geistige Welt Hinein Zu Kommen Und Da Diskutiere Ich Nicht Mit Trockennasen Auf Einer Definition Davon Solltest Du Dich Lösen Du Musst Mit Keinem Brösel Von Die Ausgedachten Brösel Sprechen Oder Denen Das Erklären Da Wirst Merken Wie Wenig Selbstsicherheit Und Ich benutze Mal Das Wort Normal Wie Wenig Selbstbewusstsein Du hast Wenn du Immer Noch Eine Bestätigung Brauchst Von Irgendwelchen Anderen Das Heißt Eine Bestätigung Brauchst Von Gedanken Die Du Dir Ausdenkst Ich Brauche Von meinen Gedanken Keine Bestätigung Ich Weiß Wer Ich Bin Weißt Du Es Auch Schon Gut Wenn Du Es Nicht Weißt Ich Sag Es Ich Bin Du Aber Bist Du Schon Ich Jetzt Müsst Man Wissen Von Was Ich Ich Rede Ich Eigentlich Brauchst Hier Nach Hier Ja So Ist Das Leben Vater Sprache Ist Die Eine Seite Es Ist Ganz Genial Wenn Wir Da Eintauchen Aber Ich Sag Für Mich Jetzt Dieser Fokus Ist Mehr Auf Dieser Unbeschönigten Selbstbeobachtung Des Eigenen Programms Das Ist So Immens Wichtig Mein Hauptthema Mein Hauptthema Erhebe Dich Und Du Musst Nichts Tun Du Lässt Alles Du Lebst Dein Leben Wie Du Lebst Du Kannst Eh Nicht Anders Du Wirst Reagieren Du Kriegst Reiz Auslöser Das Kannst Du Dir Bewusst Machen Hab Ich Jetzt das Na Kommt er wieder Ja So, jetzt machen wir mal den Wunsch. Bruder!